Die Kollegen der Müllabfuhr der Stadt Graz sagen tagtäglich für eine gute und saubere Entleerung der Mülltonnen. Und was ganz wichtig ist, man muss eben auf die Verkehrslage, auf die Sicherheitslage aufpassen. Dafür gibt es ein eigenes System. Wir fangen in der Früh in der Innenstadt an. Wir fahren dann auch sternförmig nach außen in die Außenbezirke. Zum Beispiel Maritz-Ros, Stiftling, Ragnitz und so weiter. Und die Innenstadt muss deshalb zuerst gemacht werden, damit die Verkehrslage noch keine Probleme hat. Und so wird jeden Tag versucht, die Touren unfallfrei und sicher und ordentlich zu Ende zu bringen. Und damit ist der ganzen Grazer Bevölkerung gedient.